Krass, das macht er echt voll neidisch. Toll am Schnee ist ja auch, dass er alles hell macht. Können wir jetzt aber noch toppen. Essen macht nämlich das Licht an im Gruga-Park. Der ist seit heute nicht nur einfach hell, sondern auch noch bunt. Parkleuchten heißt das. Büsche, Bäume, Wege in Rot, Grün und Blau. Stefan Göke, diesmal alles vor Weiß. Stefan, macht es das noch doller? Stefan Göke, gleich kann man dich ja noch mal sehen. Eher vor einem Diskowald, würde ich sagen, zum Thema Fantasie. Gleich noch mal in der Lokalzeit am Samstag nach uns. Mein Computer und ich, für die meisten, ist das eine Hassliebe. Ohne geht es nicht, klar, toll, was da alles kann. Jetzt übernimmt er sogar das Denken, künstliche Intelligenz und so. Aber? Er nervt halt auch, weil er hängt, weil man sich erst reinfuchsen muss. Weil wir vieles auch einfach nicht verstehen, was da drin läuft. Das ist bis heute so. Aber am Anfang war das natürlich noch viel schlimmer. Da waren Computer echt was für Nerds. Und er war eine absolute Innovation. Der Mac vor 40 Jahren stellt Steve Jobs, der Computertüftler, sein Baby vor. Ein Computer mit Maus. Sensationell und vor allem eins benutzerfreundlich. Und nutzerfreundlich. Halleluja. So war es. Und dann gibt es heute auch Neues von der Werteunion. Die hat beschlossen, eine Partei zu gründen. Das soll der Vorsitzende Hans-Georg Maaßen jetzt auf den Weg bringen. Der war ja lange Chef des Verfassungsschutzes und ist immer noch CDU-Mitglied. Die rechtskonservative Werteunion wurde gegründet von CDU- und CSU-Mitgliedern, denen der Kurs von Angela Merkel zu links war. Zwei Mitglieder der Werteunion waren auch bei dem Treffen mit Rechtsextrem im November in Potsdam, wo es um Pläne ging, Menschen mit Migrationshintergrund massenweise aus Deutschland zu vertreiben. So, und wenn die Werteunion eine Partei wird, dann hat das für die CDU den Vorteil, dass sie Hans-Georg Maaßen los wird, weil die Statuten der CDU vorsehen, dass man nicht in zwei Parteien gleichzeitig sein kann. Dann gucken wir jetzt mal auf die CDU, und zwar hier in Nordrhein-Westfalen. Da ist heute Neujahrsempfang. Und der Chef der NRW-CDU und Ministerpräsident Henrik Wüst wird ziemlich deutlich. Er dankt den Menschen, die auf die Straße gehen gegen Rechtsextremismus und nennt die AfD eine brandgefährliche Nazi-Partei. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja auch den einen oder anderen CDU-Politiker demnächst auf der Straße bei einer Demo gegen rechts. Norbert Lammert, der ja lange Bundestagspräsident war und heute die Konrad-Adenauer-Stiftung leitet, der kann sich das gut vorstellen. Es wird gerade viel demonstriert und protestiert in Deutschland. Schon länger unterwegs sind die Bauern, wobei die ja auch dann Eindruck machen und Stau, wenn sie nur mit 300 Leuten oder so unterwegs sind, weil fast jeder in seinem dicken Trecker sitzt. In Berlin ist gerade Grüne Woche, die Agrarmesse. Und da regt sich heute etwas anderer Protestbauern, und zwar 8000, denen es nicht nur um das eigene Geld geht, sondern auch um eine klimafreundliche Landwirtschaft.